Ja hallo meine lieben Freunde und ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Part Let's Play Devil May Cry 2 Mission Nummer 5 hier am Start und wir müssen mal gucken was wir so verbessern können auf jeden Fall Rebellion Einmal Okay wollen wir mal eben gucken hier was haben wir hier Da 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 Nö da brauchen wir eigentlich nix von passt soweit passt wackelt und hat Luft Ja würde ich sagen können wir wieder zurück Und dann hier die Mission starten Oho wo sind wir denn hier Na jetzt bin ich mal gespannt Da ist nix oder doch Nö da war nix okay Ne versuchte zur Kenntnis und gehen einfach mal hier lang Okay ne ist klar Was haben wir denn hier Zwei Hunde oder was Ah ja Ne ist klar was soll das denn Hallo geht's euch noch gut Ey shit happens hier oder was Komm verzieh dich Was soll denn das Alter fahrt zur Hölle Los Du dummer Fiffi alter Wenn ich dich hier einmal treffe Ne dann aber richtig Jetzt legt euch doch mal schlafen man Was ist denn los mit euch Ich kann euch auch so einfach platt machen Mein Gott Da kenn ich nix drin ja Alter Vater jetzt verzieh dich doch mal hier Gary Gary und Freaky Ist klar Gary und Freaky Sitzen auf dem Baum So Einmal einer down Jetzt ist noch Gary dran Den machen wir jetzt so platt Und verzieh dich Ey dickerchen komm So ja mal nicht ne So ist brav Und die Type da soll wer sein Ih Was für ne hässliche Gestalt War das denn Und der hat die zwei Hunde Die armen Hunde Ey Ganz ehrlich Die armen Hunde Die tun einem ja echt leid Ja ist klar Ich hab ja nicht genug Probleme hier ne Ich kann es ja mit euch verschwenden Hier die Zeit die ich hab Ja Gut Alles klar Komm Ich sagte dir Geh drauf Ich will jetzt auch nicht meine Dämonenergie verschwenden Weil dann können wir die ja hier gegen den Endboss einsetzen So Weißt du was So Jetzt ist mal Schluss hier man Schnauze voll Du auch Fahrt zur Hölle Alter was geht mit euch Seid ihr denn so 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 aggressiv zu mir Ich hab euch doch überhaupt nichts getan Ist ja wirklich schlimm mit euch So Drei Zwei Eins Ist meins Immer weiter drauf Knallen So geht's doch So Ein bisschen Leben gefarmt Und das war's Sehr schön Passt Wackelt Hat Luft So muss das doch hier sein Oder Ja Na dann wollen wir doch mal gucken Ne Was haben wir denn jetzt hier für einen Durchgang Hm Na und jetzt Und was soll hier sein Alter Ist es dein scheiß Ernst Der Affe wieder Ne oder Ach komm schon Hättest du dich was Neues einfallen lassen können Spiel Oh Guck mal Jetzt macht der gleich wieder Aua Ja So Und Geh drauf Du Fettsack Ey der hat mehr Lebensenergie jetzt Der hat deutlich mehr Lebensenergie Ich weiß gar nicht warum Wo soll die her haben Wir haben ihn doch gerade mal erst fertig gemacht Oder Egal Immer weiter aufs Maul geben Dann passt die Schose schon Ja Ist ja schon klar Alter Ich kann dich auch von hier einfach abknallen Ja Habe ich kein Problem mit Jetzt hat er auch noch so ne Schockwelle oder was Ist klar Gut Ich knall euch einfach alle nacheinander ab Das gibt mir Dämonenergie Und Euch zeigt es halt Dass ihr nichts könnt Und Bams Das war's Edge Batch Ihr könnt halt nix Aber das ist ja nicht mein Problem Ne Ja ne Ist klar Was macht dieser bekloppte Panzer hier Der kann doch nix Der Lappen Was soll der denn bitte können Den kloppen wir und strecken wir so nieder Weil der kann ja nicht ballern Edgey Batch Das ist so glaube ich der leichteste Gegner im gesamten Spiel Weil der Der Panzer der kann ja nix Achso das sind zwei Ja gut die können trotzdem beide nix Was sollen die denn ausrichten Ich kloppe die ja so nieder Da Gut ich darf mich jetzt natürlich nicht treffen lassen Von dem einen da Aber an sich Da Immer schön hier in Deckung bleiben Immer schön hier in Deckung gehen Und das war's dann schon Immer feste drauf da auf die Ömme So Einmal noch von dem da getroffen worden Okay Damit kann man ja leben So Der eine hat geschossen Das heißt der hier ist jetzt schon down Ja sehr schön Gib mir mal eben bitte deine Energie hier Dankeschön So Jetzt gehen wir mal zu deinem Bruder Falls man einen Panzer überhaupt Bruder nennen kann Ne Ist ja egal Oh 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 Da ist noch einer Alles klar Gott Aber auch das ist hier kein Problem Da Einmal Dämonenenergie Werden wir noch schön mit aufgeladen Kloppen ihn weiter runter Sehr schön Immer weiter drauf da Habe ich gar kein Problem mit da Immer weiter Und down Edge patch Weiter 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 Komm Das ist der dreinste Massaker hier Anders kann man das ja schon gar nicht mehr nennen hier Ist ja schlimm Wie wir den runter kloppen Und down So Nur noch der letzte oder was Alle guten Dinge sind Sind ja bekanntlicherweise immer drei ne Oh guck mal Da ist der Hauptpanzer Hoho Jetzt wird's interessant Na du Siehst hässlich aus Wie deine beiden Kollegen auch Komm Verzieh dich bitte Die reinste Panzer Mania hier heute Oder was Die reinste Panzer Mania hier am Start Jetzt verzieh dich Alter Wie viel hältst du denn bitte aus Und dass wir dich überhaupt mit dem Schwert angreifen können Ist das schon eine Lachnummer Du bist halt eine Lachnummer Aber damit musst du nun mal leben So bist du ja nun mal auf die Welt gekommen Da kann ich auch nix für Ich mein jeder hat so sein Laster hier zu tragen Ich im Übrigen auch Denn ich bin ja der blöde Spass Der dich vernichten muss Weil du ja nur Scheiße in deinem Hirn hast In deinem Drecks-Dämonen-Hirn So Bäms Das war die Nummer ne Haha Gut Okay Mal gucken Haben wir noch mehr hier Oh ja Da vorne Da ist ein Blaues Ah okay Wieder ein Blaues Fragment Komm Gib mir das mal So Sehr schön Okay Und jetzt Wo muss ich hin Ah Ist schon so Urlange her Dass ich dieses Game gespielt hab Echt Leute Das ist so Urlange her Na aber hier ist noch irgendwo was Oder Hä Ist so merkwürdig Dass gar kein Endscreen kam Also so von wegen Wo wir als nächstes hin müssen Ich geh jetzt noch mal hier rein Und geh jetzt mal da vorne hin Vielleicht ist hier ja noch was Und ansonsten geht's dir noch ganz gut Sagst du ja Hä Alles klar man Wir gehen mal eben gucken Was wir hier so haben An Items Ne Nur noch ein Vitalstern Das nützt uns gar nix Ja Müsste wir den halt niederkloppen Also halt nieder schießen Weil kloppen ist hier nicht Ich kann mich hier ganz gemütlich Unter den hinstellen Das macht dem gar nix Hier Das macht mir vor allen Dingen nix Und klopp den einfach Ja okay So einfach nieder ist nicht Der hat hier gerade schon mit seinen Raketen Ordentlich für Krabums gesorgt Na da sollte ich mich vor allem acht nehmen Und einmal den Lebensstern nehmen So jetzt passt das wieder Na kommen grad hier irgendwo Irgendwo her Äh Raketen So Okay Einfach jetzt weiter drauf ballern Und das war's Komm schon du dummer Shopper Jetzt fahr zur Hölle Alter wo bist denn du Ah okay Da war er Komm bitte Verzieh dich doch Ich will dir doch nix böses Ich will doch nur dass du stirbst Dass du ganz schnell zur Hölle fährst Komm ich bin doch ein netter Typ Oder Ich hab deine Kollegen ganz lieb ausgeschaltet Und ich werde dich jetzt auch ganz lieb ausschalten Einfach Ich bin nett Bin auch ein netter Dämonenjäger Oder Im Vergleichen zu anderen Ich bitte dich Komm schon mein Freund Tu mir den Gefallen und stirb Ja hat er sogar getan Guck mal Man muss nur lieb fragen Ne So das war's glaube ich Oder Ja wer's glaubt Wer's glaubt Wird selig Freunde So Einmal hier Und dann einmal hier hoch Na ich kann auch glaube ich laufen Ne Ja Oder Wie soll ich das hier machen Ah ok Ich kann auch so einfach hier hochkommen Hab ich kein Problem mit Oha Feuer Jetzt fackelt hier alles auch noch ab Oder was Toll Jetzt komm ich auch mal wieder hier in Zeitdruck Ja ne Ist klar Ey Ich hab ja sonst nix zu tun Hier oder was Mann alter Jetzt verzieh dich doch mal Du Shopper Oh mein Gott Jetzt hat er uns hier einfach Ey Shit happens Ich will hier ungern Sterben Alles klar Hab ich keinen Bock drauf Hm Du mich auch Ja Sehr schön Mach du mal weiter da Hey Ich mein Du bist ja nur du ne Gott und jetzt Wieso eigentlich Hubschrauber und Panzer Wer hat euch erbaut Irgend so ein komischer Bastelfreak Oder so Keine Ahnung Normal Normal ist das ja nicht Aber ich glaub wir müssen einfach nur hier rauf So geht doch Hallöchen Na du Wie geht's dir Alles Roger Alter ich will hier irgendwo Noch höher Ey Du spinnst doch Oder Na bitte Geh doch Okay Ah Na mal gucken was da oben so ist Ja Ist klar Jetzt verzieh dich man Komm Wo bist du denn jetzt Tja Unser Dante mal wieder hier im Coolness Modus Oder was Warum nicht ne Ey Jetzt hat er mich erwischt Penner Okay Da einfach rauf Hab ich auch kein Problem mit Null Problem hoff ich zumindest So Einmal Und zweimal Zack Ach Ist ja kein Ding Jetzt kommen noch ein paar Dämonen hier Ist klar Ich sag ja Ich hab ja nichts anderes hier grad zu tun Ne Ja Ist klar So Was haben wir denn hier Irgendwie Muss ich doch wohl dahin Ne Schalt mir doch fast so Okay Ja Ich hab ja nichts anderes zu tun Klar Ich metze den ganzen Tag hier Dämonen platt Und dann muss der gute Dante hier nur hier Ein Hüpfspielchen machen Äh I like it Alter Verzieh dich doch mal Jetzt wollen mich diese Adler da Wahrscheinlich Hier runterstoßen Hab ich ja mal gar keine Böcke drauf Also Einfach hoppa hopp machen Und Showdown Okay Naja Kumpel Wir Ziehen dich einfach mal so runter Ne Ich mein Dich kann man nur runterziehen Ey Ich will auf jeden Fall nicht hier runtergeworfen werden Da stehe ich nicht so drauf Alles klar Haben wir denn hier keine anderen Guns Ne Haben wir nicht Na gut Kein Thema Wir machen dich schon so platt Irgendwie Ja Du mich auch Ne Ja Ich hab dich auch sehr lieb Not Und Und Bams Ne Das bringt gar nichts Da können wir besser so agieren Einfach immer schön munter draufballern Und dann passt die Schose schon Ja Komm Ich fülle jetzt eben mal meine Lebensenergie Äh meine Dämonenenergie schön auf Und dann war es das für den Kerl Guck mal die Raketen da Die treffen überhaupt nicht Das hat Überhaupt keinen Sinn Was der hier grad macht Also Versteht Muss man nicht verstehen Versteht man nicht Also wenn die Raketen mich hier treffen sollten Dann muss es ja schon mit dem Teufel zu gehen Ja Da guckt Der kann echt Schielen Junge Du schielst Und zielst nicht Immer zielen Nicht schielen Ne Oh mein Gott Jetzt hat er mich einmal getroffen Boah Ich hab Schiss So Ich hab dich schon mehrmals jetzt getroffen Ey alter Jetzt verzieh dich doch mal hier Komm Bitte Ich bin auch brav Hä Wenn du brav bist Bin ich es auch Komm Oh meine Güte Da hat er die Raketen schon wieder verschossen So ein dämlicher Honk Also sowas hab ich ja auch schon selten mal gesehen Komm Ja ja Du mich auch Kumpel Eigentlich je mehr er mich trifft Desto mehr macht er mir ja meine Leiste voll Also eigentlich hilft er mir ja nur Schön Und jetzt zieh ich dich runter Komm Ich mein du bist ja schon am Boden Ne Also mehr kann man dich ja gar nicht runterziehen Komm Wo bist denn du wieder Guck wo Wo versteckst du feiger Hund dich Ja So Absichtlich treffen lassen Damit die Dämonenleiste hier schön voll wird Passt schon ne Immer weiter draufhacken auf den Kerl Der hat es nicht anders verdient Ich mein der hat so ein hässliches Auge an der Seite Was soll ich davon halten Ey ehrlich So Drei Zwei Eins Und meins Das war's für dich In feste Chopper Jo Mission clear Würde ich da mal sagen Devil Hunter Rang C So muss das doch sein Ja sehr schön meine lieben lieben Freunde Hat sich doch gelohnt hier ne Auch diese tolle Mission haben wir abgeschlossen Ja ich freu mich schon auf den nächsten Part Ich hoffe ihr auch Bis dann und ciao Euer Let's Play E-Gamer Da schon mal You know Euer